ARD Text im Auftrag von Funk Okay, das ist ein Sledge, schauen wir mal, das ist eine Axt Wir tun ein paar Fahnen aufstören, oder? Wir sind sicher Dias Oh, Kachin, Kachin Du hast die Idee gekriegt Wunderscheisse Wunderscheisse, also Jetzt verstehe ich das endlich Habt die Idee Fahnen aufgestärkt? Ja, ich habe schon gut sechs Fahnen auf Weil, wenn ich sie Ausstattung sind Alter, ey Oh, da ist ein Zombie Hey, wo ist er hinten? Alles klar Alter, Vogelfahrt mit den Fingern zum Kicken ist so dumm Wie schießt einer an? Alles klar, von wo? Außen Osten Is Boom Dieser Gamer Osten ist da Hey, wer ist der Busser einsetzen? Ich habe ihn auch gekriegt Es brennt irgendwo, dass sie sich auf Gegner in die Pfanne treten Oh, der Hund Es brennt da Oh, da ist er auch Es explodiert bei ihm Was ist der Gamer? Ja, überall, oder? Fuck, oder? Fuck, oder? Fuck Das ist es Okay Ich bin mehr Alles down? Alter, das ist das Segen, was ich für Bullshit gemacht habe. Du hast einen Gegner, ja, wenn ich das mache. Alles gemacht, gell? Alter! Huff! Er macht auf. Er ist da drinnen im Haus. Es brennt! Der Junge! Ah, sie verliert nicht! Oh, fuck, Alter! Er ist in der Scheißhaus. Du guckst, ich stehe so geil gegen die Sonne. Ja, das ist der Gegner weinend. Man sieht ein bisschen raus, fast nicht weinend. Ja, du siehst nichts aus. Da liegt der auch, weh. Das ist ja, der hab ich abgeschossen. Er will sich wahrscheinlich reizen. Wart's lang, bis er sich reizt. Könntest wirklich, ich will da immer oben schauen. Und sonst, da war alles so fett. Er rennt. Ja! Warum hab ich hier Skilled, Philipp? Ja, weil du keinen hast. Ey, nicht zuerst Bier aufholen. Guck ich nicht ihm. Nein! Immer, wenn der keinen Skin hat, weil der lockt immer die Gegner. Ah, ja. Alter, ich war so geil. Ich hab das Fass gesehen und gewusst, der kommt. Ich hab zuerst das Fass angeschossen. Und dann hab ich einen Hatchet gekriegt, weil ich einen Fass angeschossen hab. Weil das Fass gemacht wird, wie ein guter Alter. Da ist ein Heel tatsächlich, gell? Hey Jungs, Alter, wir haben schon zwei Gegner. Unsere sind in die Falle rein. Hey Jungs, ich sag ihr Falle bringen sie. Aber da hinten sowieso alles vertraut hat. Weißt du, dass das witzig ist? Wie sie gestorben, sie sind in die Falle reingeflogen, glaube ich. Am 7. erwarten. Achso. Dann bist du ein Mauer? Ja, dann bist du jetzt. Hey, ich kann auch noch erst. Du noch nicht. 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 Ich kann auch noch nicht. Ja, ey. Das passt. Nein, du nicht. Jetzt kann ich. Ich weiß es nicht. Sondern es ist mir nicht. So. Jetzt kommen sie an dir. Wir haben eigentlich keine Falle mehr. So. Brunner muss los. Er schießt dann. Ah. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Wo ist er denn? Weiß. Ist doch ein Spezial. Ja. Der ist sie. Ja, mach das. Plastikal. Warte, warte nicht. Ich bin nicht. Puh. Der Philipp, die fahren, immer gleich gut wie am Anfang. Jaa, es ist doch wohl geil. Aber wenn ich wirklich 6 Fahren aufstelle, dann kann ich nicht sagen, wo ich überall aufstelle. Und ich morgen fährt noch nicht fährt. Hier. Wo ist die Ipsom 22? Da draußen. Ah ja, geil. Geil, ich hab's ja. Ich schau auf meine... Nein, das ist unglaublich. Ich weiß es echt unglaublich. Sowas ist mir nicht gewohnt. WTF, die Falle hat das fast da hinten ausgelöst? Wow, zeig ich auch mal. Ich würde auch lucky, lucky machen. Oh, ich kann mich da raus, ohne dass ich meine Falle reinrenne. Zeig her. Die Falle da. Ja, das Falle fast da ausgelöst. Okay, das ist ziemlich heftig. Das ist wirklich ziemlich heftig. Das ist wirklich ziemlich heftig. Alter, alle Tranche wieder voll auf. Hey Jungs, ich verbrenne es, okay? Ich will das Brennen sehen. Seid ich jetzt mit dem Hund? Oder bin ich vorbeigelaufen? Das ist jetzt so psychisch aus den Jungs. Jungs, Alter. Huff. Jungs, Alter. Da hinten habe ich einfach mal... Ah, fast beide Ausgänge verdraht. Huff. Alter, bis jetzt sogar ein D-Fall, der eingestiegen ist. Das finde ich mir... Nee, da war jetzt gerade der Grafikpacker da hinten. Gegner? Ja. Na, ich bin da da. Okay. Ich bin mir ganz sicher, das ist ja nur Grafik. Na, du glaubst, das ist ja gar wie Raben. Ja, wenn da gewesen wäre, dann wäre ich schon hin. Ja, wenn da gewesen wäre, dann wäre ich schon hin. Tust du noch eine Falle hin, Bart? Auf meine Falle, Philipp. Du kriegst einen Baus. Da ist ein Baus. Da ist ein Baus. Da ist ein Baus. Da ist ein Baus. Der muss vorerst, oder? Der ist total vorerst. Ha. Kein Gegner in der Nähe. Hau, noch... Warten. 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 Das ist alles. Ich bin mir echt spült. Haha. Bye bye!